Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wieder Gutmachung anzunehmen bei Mavix in Dorfnogal an dieser Stelle. Vorquest war, kehrt zum Kervenweg zurück. Sprecht mit Adergon. Die kommt jetzt angelaufen, und jetzt könnt ihr eventuell dieses Gespräch schon überschwingen, ansonsten müsst ihr diese Plätze anklicken, die Sprechplätze. Ja, pssst. Nicht nur das. Er hat die Irdenen beschützt, die Eingeschworenen und die Freien. Mehr als alles wollte er, dass wir wieder zusammenstehen. Dann ehren wir so seine Erinnerung. Es braucht Zeit, den Kernweg zu reparieren, aber die Fremdlinge können in die schallenden Tiefen hinab. Die Irdenen der Insel von Dorne werden sie unterstützen, egal was die Edikte sagen. Wenn wir die Maschinenflüsterer wieder zurückbringen können, dann ist der Rat wirklich komplett. Danke, Ratsvorsteher. Räumen wir nun den Rest weg. Werte Zeuge der Wiederherstellung des Kernwegs. Ich diene unerhörterlich für die Daten. Und jetzt erkennt man nicht wirklich viel. Ein paar Steine werden weggewöhnt. So, dann ist die Quest abzugeben bei Mavix. In Dornegal. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und dort meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.